Vor allem ist es am besten, wo ist es am besten wachen Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge Mein Intro-Tierchen, ich glaube ich hatte es euch schon mal gezeigt vor vielen Jahren oder ich weiß nicht, es muss schon eine Weile her sein Eine Oman-Dornschwanz-Agame, Uromastix thomasi heißt die Also gehört zu den Dornschwänzen Hat aber ein etwas noch skurrileres Aussehen durch diesen platten, runden Schwanz Diese extreme Färbung am Kopf, diese Strahlenzeichnung am Kopf oder so Also ich finde es eine wunderschöne Agamenart Wirklich totaler, also ich bin eh der Dornschwanz-Fan Die ist gerade am Häuten, deswegen hier noch ein wenig die Hautfetzelchen Ich bin eh so ein Dornschwanz-Fan Und die thomasi gehören sicherlich mit zu den schönsten Dornschwänzen, wo es gibt Und deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch Dank, in Anführungsstrich Dank Coronavirus Wissen wir alle langsam, was es mit Viren auf sich hat Wie schlimm Viren sein können oder wie schädlich Viren sein können Wie schwer sie zu bekämpfen sind Und auch in der Terraristik haben die Viren Einzug gehalten In Anführungsstrich Also es gibt die sicherlich seit Jahren oder Jahrzehnten Aber ich würde schon sagen, dass die letzten Jahre in der Terraristik die Viren bedeutender werden Und auch die Probleme mit den Viren bedeutender werden Muss man leider so sagen Die Schildkrötenpfleger unter uns, die kennen es wahrscheinlich schon länger Vor allem der Herpesvirus ist bei den Schildkröten ein Problem Aber in der Schlangenpflege und Schlangenzucht Mehr wie bei den Echsen Ich glaube bei den Echsen ist das Problem meines Wissens noch relativ minimal Oder fast gar nicht vorhanden Aber in der Schlangenzucht gibt es die letzten Jahre schon ernsthaft Probleme mit Viren Vor allem mit dem Nidovirus und dem Paramixovirus Ich würde sagen, diese zwei Viren sind so die problematischsten und auch die gängigsten Was wir in der Schlangenzucht finden können Und auf das wollen wir heute ein bisschen eingehen Der eine oder andere von euch wird jetzt noch denken Ja aber was ist mit IBD? Das ist ja auch noch ganz prägnant Vielleicht liegt es daran, dass ich viel mehr mit Pydons zu tun habe wie mit Boas Aber ich würde zumindest vom Bauchgefühl her sagen, dass das IBD die letzten Jahre Oder sogar die letzten zehn Jahre schon unheimlich nachgelassen hat Oder eben nicht mehr so problematisch ist wie es mal war Als das Ganze mit Viren anfing vor 20, 25 Jahren Da war IBD ein Riesending oder auch echt problematisch Da sind viele Boas dran gestorben an dem IBD-Virus Symptome des Stargazing, den Kopf nach oben und das Kopftränen usw. Was durch das IBD vorgerufen wurde Hat man dann oft gehabt Wie gesagt, ich habe schon eigentlich jahrelang kein Tier mehr mit IBD ist mir begegnet Sage ich jetzt mal begegnet im weitläufigen Sinne Also sei es bei uns oder bei irgendwelchen neuen Tieren oder beschlagnahmenden Tieren Die wir bekommen haben oder auch im Bekanntenkreis Also von dem her habe ich den Eindruck, ich bin deswegen auf dem Rückzug Nicht so der Nido-Virus und Paramyxovirus Interessanterweise gehört der Nido-Virus zu den Coronaviren Also das Corona, das wir jetzt auch hatten, gibt es auch in der Terroristik als Nido-Virus Und by the way, dieser Nido-Virus wird jetzt auch Serpentovirus genannt in der Wissenschaft Und der Paramyxovirus, auch wissenschaftlich fear the lens, also Lanzenotter Bei dem hat man den Virus zuerst festgestellt oder nachgewiesen Auch der ist in der Terroristik ein Problem oder anzutreffen Ich hatte es gerade schon gesagt Einschleppen kann man den Virus sich durch irgendwelche fremden Tiere Am besten Tiere die durch zig Hände gegangen sind Wenn wir mit so Viren konfrontiert sind Dann sind es in der Regel, oder jetzt hatte ich vor einiger Zeit den Fall Beschlagnahmte Tiere, die wir von einer Beschlagnahmung hätten übernehmen sollen Wir verlangen schon bei so Sachen, dass wir nur Tiere mit Virentest bekommen Und dann war trotzdem ein Verdachtsfall, dann haben wir die Tiere wieder testen lassen Und prompt waren ein Teil der Tiere Nido-Virus positiv Das ist dann echt wirklich schade und ärgerlich in jeder Hinsicht Ich komme nachher nochmal gleich auf diese Problematik zurück Und wie ihr euch davor schützen könnt oder wie wir uns davor schützen können Kommen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf zurück Der vierte Virus im Bunde ist noch der Adenovirus Also der vierte im Bunde, der erwähnenswert wäre für die Terroristik Der Adenovirus Das ist ein Virus, der bei Nattern, vielleicht Kornnattern, Lampropelden, Hakennasennattern Da findet man den Adenovirus wohl öfters Führt zu Magen-Darm-Entzündungen Das ist sicherlich auch ein Virus, der in der Terroristik angetroffen werden kann Jetzt kommen wir vielleicht zum wichtigsten Punkt und zum spannendsten Punkt Wo ihr vielleicht denkt, na Stefan, jetzt kommen wir endlich auf den Punkt Wie können wir uns vor den Viren schützen Deswegen vielleicht auch die Schlange hier auf meiner Hand Oder vorher habe ich IBD angesprochen Dass der IBD vielleicht nicht mehr so gravierend ist wie früher Hat auch damit zu tun, dass man nicht alles kreuz und quer hält Früher hat man Pythor und Boa zusammengehalten Dann hat die Boa den IBD-Virus auf den Python übertragen Pythons sterben noch viel schneller an IBD wie Boas Da hat es die Pythons dann gleich umgehauen Und dadurch kam das vielleicht noch viel mehr zum Ausdruck, die ganze Sache Ich glaube dadurch hat man den IBD-Virus Zumindest der Umgang damit wurde besser, ging zurück Dass man auch gesagt hat, okay, ich halte mehr die Tiere getrennt Ich tue nicht alles kreuz und quer vermischen in der Terroristik Also nicht hier zwei Schlangen davon, zwei Schlangen davon Und immer so diese Sammelhaltung Mittlerweile, gerade auch in der Zucht, hält man ja viele Tiere einzeln Was für ein Reptil oder was für eine Schlange absolut gut ist Und ich behaupte, es ist definitiv so, dass auch die Schlangen Natur Einzelgänger sind Und dadurch habe ich natürlich auch weniger Risiken, irgendwelche Viren zu verbreiten Dann diese Viren an sich Der Nido-Virus Wie gesagt, bei den Pythons relativ viel verbreitet Ich glaube die Hauptansteckung bei den Nido-Viren sind die Milben Dass der Virus sich über die Milben überträgt Also er ist nicht so hochgradig ansteckend wie manche andere Viren Aber wenn ihr ein Virus-positives Tier im Bestand habt Und habt Milben im Bestand Und früher hat man halt mal so gesagt, Milben sind ja halt so schlimm Oder naja, das gibt es halt mal und so weiter Die Milben übertragen den Virus Die saugen bei der einen Schlange, gehen zur nächsten Schlange, saugen nach der nächsten Schlange Dann hat die diesen Virus Also die Milben sind definitiv ein Übertragungsfaktor Gilt natürlich für alle Viren Aber speziell bei dem Nido-Virus ist es vielleicht die Art, wie man es am leichtesten übertragen kann Was auch für alle Viren gilt, ist natürlich eine Schmierenübertragung Schmierenübertragung heißt, wenn ich mit dem Tier hantieren mir nicht richtig meine Hände wasche Gehe ans nächste Tier, hantieren am nächsten Tier und habe halt irgendwelche Sekret, irgendwelchen Speichel oder Koturin an meinen Fingern Damit kann ich sicherlich auch alle Viren, die ich jetzt gerade genannt habe, übertragen Das war aus meiner Sicht die Übertragung vom Nido-Virus Also sprich Milben oder Schmieren, mangelnde Hygiene Damit kann ich ein Nido-Virus übertragen Wenn ich diese zwei Faktoren beseitige, wenn ich keine Milben habe und wenn ich auf eine Hygiene achte Dann ist die Übertragung vom Nido-Virus zum Glück sehr schwer möglich bis unmöglich Schlimmer wird es beim Paramyxovirus Der Paramyxovirus überträgt sich wohl auch durch die Luft Das heißt, wenn ich ein Tier habe und mir sagt, naja komm ich habe ein neues Tier, ich mache Quarantäne Und habe das in dem gleichen Raum Dann kann der Paramyxovirus sogar durch die Luft auf andere Tiere übertragen werden Also das heißt man muss sich bei Quarantäne überlegen, kann ich das Tier überhaupt ins gleichen Raum machen Oder brauche ich einen separaten Quarantäneraum für mein Tier Was wahrscheinlich für viele Terrarianer schwierig sein wird Beim Adenovirus habe ich kaum oder fast keine Erfahrung, auch nicht im Bekanntenreis oder sowas Ich glaube, oder was ich so gehört habe, ist er vielleicht auch nicht ganz so leicht übertragbar wie der Paramyxovirus Vielleicht eher wie der Nido-Virus Rein vom Gefühl her oder von dem was ich höre IBD habe ich vorher angesprochen als der vierte Auch IBD würde ich in die Rubrik Nido-Virus einordnen Sprich durch Milben und mangelnde Hygiene Wisst ihr was schlimm ist, wenn man so einen Film macht wie den jetzt hier Und man merkt schon beim Film, oje, ist das ein trockenes Thema Und eigentlich auch ein blödes Thema, keiner will ja die Viren Und wenn man dann Nido, Paramyxov und so weiter Also euch werden auch schon die Ohren klingeln Aber es geht leider nicht anders und es ist ein total wichtiges Thema Deswegen muss es leider sein, ihr müsst durch, betrachtet es, was weiß ich Ihr seid in der Schule, ihr müsst es einfach lernen Oder zumindest wenn ihr ernsthaft Interesse an der Terraristik habt Ein weiterer oder was in die ganze Geschichte reingehört Sind natürlich die Symptome, ich habe es vorher schon angesprochen Beim Adenovirus kann es sich durch Magen-Darm-Entzündung äußern Paramyxo und Nido-Virus sind im Prinzip Atemwegserkrankungen Also ich hatte vorher gesagt, der Nido-Virus gehört zu den Coronaviren Und wir wissen alle bei Coronaviren Atemwegserkrankungen Und so verhält sich das bei dem Nido-Virus auch und bei dem Paramyxo auch Wir können euch ein Foto einblenden Das kommt, by the way, von der Frau Dr. Silvia Blahack aus Detmold Meiner Meinung nach die Virenpäpstin in Deutschland Also die befasst sich seit, jetzt hoffentlich dichte ich der nicht so viele Jahre an Aber ich glaube die Frau Dr. Blahack macht es sicherlich schon 15 oder vielleicht sogar 20 Jahre Mit diesen Viren und hat da wirklich Erfahrung und ist da in Deutschland Hat da ein wenig eine Vorreiterrolle, macht es wirklich toll und hat eine Ahnung Also das meiste was ich euch hier erzähle, stammt aus dem Wissensschatz von der Frau Dr. Blahack Und auch dieses Bild, das wir hier einblenden, ist von ihr Das zeigt einen Tigerpython bei der Sektion Und wenn ihr da reinschaut in der Mitte vom Bild, dieser weißlich-gelbe Schmodder, den ihr seht Da ist ein Schnitt in der Lunge drin Und das ist der Schleim, der durch diesen Virus in der Lunge entstanden ist Und wenn ein Tier so einen Schleim in der Lunge hat, dann ist natürlich klar, dann ist das Tier leider nicht mehr lebensfähig Und verendet mehr oder weniger furchtbar Also das als Bild eines Symptoms, wie ihr es euch, oder dass ihr das auch mal bildlich gesehen habt Merken, wie gesagt, werdet ihr als Terrarianer das durch Atemwegs Probleme beim Tier, durch Rasselgeräusche Beim Atmen, durch offenes Maul, wenn sie das Maul wenig aufmachen oder Schleim am Maul Das sind so die klassischen Viren-Symptome, auf die ihr achten müsst Dass es erst gar nicht so weit kommt, ich hatte es vorher schon angeschrieben Ihr müsst auf die Hygiene achten, muss man sowieso, aber in Anbetracht der Viren-Problematik erst recht Ihr müsst definitiv auf Milben achten, ihr dürft keine Milben in eurem Bestand haben Habt ihr Milben, habt ihr wirklich das Risiko, ein Tier ist virus-positiv, überträgt es auf die anderen Tiere By the way, ein Tier virus-positiv Es gibt Tiere, die sind Virenträger, das war früher bei IBD schon so Das ist bei dem Nido-Virus so Bei Paramyxovirus ist es nicht ganz so, also es gibt kaum ein Tier mit Paramyxovirus, das keine Symptome zeigt In Anführungsstrich, glücklicherweise gibt es da Symptome beim Paramyxovirus Also kann es nicht so leicht passieren, aber bei anderen Viren Die können positiv sein, können den Virus in sich tragen, ohne Symptome zu zeigen Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr die Tiere untersucht auf die verschiedenen Viren Wir haben da so Sets machen lassen, einmal Nido-Virus, einmal Paramyxovirus Wie gesagt, aus meiner Sicht die zwei häufigsten Am allerhäufigsten der Nido-Virus Wenn ihr Tiere neu kauft oder neu im Bestand habt, macht einen Virenabstrich Oder wenn ihr einen Verdacht habt oder selbst wenn ihr einen Bestand seit Jahren habt und denkt Ach hier, könnte man vielleicht doch mal schauen oder so was oder da war mal was Verdächtiges Oder da hatte ich mal Atemwegsprobleme mit einem Tier, das verendet ist, aber jetzt ist alles gut Wie gesagt, die anderen Tiere können auch positiv sein Ich würde euch empfehlen, lasst so Virenabstriche machen Die sind nicht immer so arg teuer, kosten irgendwie was, 30, 40 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe Dann seid ihr auf der sicheren Seite, also bei Neuzugängen auf jeden Fall Noch mal kurz zu den Tests, dass ihr die auch richtig anwendet Also in dem Test ist ein Röhrchen drin mit einem Tupfer Ihr müsst bei dem Reptil aus dem Halsbereich Schleim nehmen, also dem Tier das Maul aufmachen Tupfer rein, wirklich gucken, dass ihr richtig Schleim entnehmt Also ähnlich auch wie bei den Corona-Tests, da hat man ja den Nasen- oder den Rachenabstrich Eigentlich ist die gleiche Geschichte, bloß dass man bei der Schlange nicht durch die Nase rein kann Also geht nur Rachen weit hinten Schleim nehmen Dann packt man das ein, da ist ein Umschlag dabei Der Umschlag ist schon adressiert, ihr müsst einfach nur noch eine Briefmarke draufkleben Und dann habt ihr ungefähr eine Woche später die Antwort, ob eure Tiere positiv oder negativ sind Im Moment im Sommer noch ein wichtiger Punkt Die Viren sind relativ empfindlich gegen Hitze Also wichtig, vielleicht nicht gerade am allerheißesten Tag die Probe durch die Gegend schicken Oder natürlich auch selber nicht in der Hitze liegen lassen Also nicht den Abstrich entnehmen und das Röhrchen erstmal oben aufs Terrarium legen Und da ein paar Stunden lang liegen lassen in der Hitze Also die sind ein wenig empfindlich gegen Hitze Also bei normalen Temperaturen gar kein Problem, bei kühlen Temperaturen erst recht kein Problem Wenn jetzt dieser Test wirklich starker Hitze, sprich über 30 Grad ausgesetzt wurde über viele Stunden Dann kann es sein, dass ihr ein negatives Ergebnis bekommt, obwohl er positiv ist Also das gleich ein wenig aufpassen mit der Temperatur Soviel zu meinem Wissen über die Viren Wie gesagt eine Folge, die wahrscheinlich zum Zugang nicht so wahnsinnig Spaß macht Wo man nicht hinterher sagt, ach war das spannend, war das interessant Sondern das ist schon eine ganz schön trockene Sache Muss wie gesagt leider sein Es ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm wie es sich anhört Aber es ist schon wichtig, dass man darüber Bescheid weiß Dass man Hygiene einhält, dass man mit den Milben aufpasst Und wie gesagt, ich würde euch auch empfehlen, dass man regelmäßig oder bei Neuzugängen einen Virentest macht Gerne eure Kommentare unten rein, was ihr für Erfahrungen habt Oder ach Stefan, völlig übertrieben Oder Stefan, den Virus hast du vergessen Oder Stefan, das Symptom ist ja ganz anders Oder weißt du, Herrgott was Also ich bin echt gespannt drauf, ich gucke auf jeden Fall rein Es ist ein absolut spannendes Thema Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es interessant war Bleibt mir treu und checkt ReptilTV Was soll ich auf jeden Fall